LOL Och komm, die Minions trollen hart rein. Wut? Da kann ich dir aber nicht mehr helfen, dummerweise. Ich hab den Tower-Tank nicht bekommen, ich hätte eher in den Tower laufen müssen, um sie zu retten. Hörst du nochmal meinen Coup? Wie wärs? Halbes Leben noch, Jinx. Zwei Coups gefressen. Na, sie hat den Kill noch gekriegt, damit ist das okay. Damit ist das okay, dass sie den Kill noch gekriegt hat. Warum ist sie jetzt so voll aufgegangen? Kann man gerade auf Kulda und Tristana. Aber wir haben noch einen Turm und damit müssen wir jetzt wohl ein Gold haben. Oh. So, da haben wir das. Das Nächstes kommt Rüla ist dran. Wollen wir noch das dazu? Auf geht's. Der Rüla ist einfach Hawk-Chimp. Sie gehen halt nicht raus, ne? Sie haben es drei Millionen Jahre vorher gesehen, dass die alle da hochgehen. Oh no. Der menschliche Schmelzpunkt ist uneinheitlich. Puh, wuh, 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 wuh. Warum bist'n du jetzt noch da drin? Warum machst'n du hier drüben, meine Liebe? Moment mal, sie hat die Gleit dabei. 300 Gold mehr brauch' ich. Oh, was machen die? Warum geht die dann... Warum geht die gegen vier? Two-W-Four! Das ist halt... Das ist halt dumm. Das ist halt einfach nur dumm, so da reinzugehen. Nicht nach oben raus! Ist das eigentlich blöde? Hm, anscheinend ist der blöde. Warum geht der nach oben raus? Der ist komplett geistig umnachtet anscheinend. Du darfst nicht da drin stehen bleiben! Das schlimm ist, dass es auch noch funktioniert. Und dass das eher nicht an ihm liegt. Dass wir danach die Kills noch holen. Ich hab' jetzt nen Trick gemacht. Und alle Profispiele hassen diesen Trick, weil man so easy climb'n kann. Ich mach' ab und Full Mute direkt zum Spielbeginn gemacht. Und scope' einfach nur die Clowns Fiesta an, die da grad gemacht wird. Weil leider spielt der... Nein, der spielt nicht Full-AP. Er hat nach Full-AP angefangen. Aber er geht halt... Die gehen regelmäßig 2-W4-Fighten und sowas. Und der Flash ist ja mal komplett boosted. Aber Tristana kann sich hinstellen und rechts klicken. Also von da ist alles gut. Hm... Die wollen das enden, ne? Ich will nur nen Assist haben. Ich würd grad sagen, ich werd das ja wohl noch totkriegen. Ich würd ja auch lieber die Inhibitoren wegmachen, tatsächlich. Tja... Warum wir das jetzt so machen... Ah, ich wurde mal ne Runde. Ich geh' mal nicht in die Richtung mit. Oh, sie hat er sogar noch gekillt. Nice. Die Klatsche ist einfach nur noch weg. Müsst' dann das Ding da oben nehmen. Weil sie niemals in Überzahl sein können da oben. Ach, doch nicht auf mich. Ihr gefällt mir auch mal Wort, ne? Das ist nicht so geil. Grip. Und jetzt da. Oder einfach in der Mitte durch. Organe gewannt. Gewonnen. Easy. Mit perfekter KDR. Boah. 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 Boah.